Am Ende habe ich sie dann doch wieder gefunden unter der Brücke, unter der Bogenbrücke, die von einem Fluss gequert wird, auf dem eine Erhöhung, ein Haus steht am Ufer. Und oben auf dem Flachdach sitzt sie dann mit ihm und dem Anhang, auch wenn sie in den Episoden davor mal jemanden dritten oder diesem ersten und dann mir wieder gehört hat, in dem Wieselspiel.